Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und zwar zu einem PSA Send-Off für den Monat Januar. Wie ihr wisst, ich schicke jeden Monat ein paar Karten zur PSA zum Grading, damit wir möglichst gute Noten bekommen, weil es einfach geil, gute Noten zu bekommen, den Wert potenziell zu steigern und natürlich die geilen Karten in einem geilen Case zu haben. Jeden Monat schicken wir drei Karten ein, diesen Monat genauso und die gucken wir jetzt gemeinsam an. Wir starten mit einer One-Piece-Karte, zwar einem Shanks. Leider nicht die Manga. Kann ich leider nicht mit dienen. Mit einem Shanks aus OP-01 im Secret-Rail-Altart-Stil. Die Karte ist natürlich für One-Piece-Verhältnisse sehr gut, wie immer. Bei One-Piece kennt man. Die ist ein minimales bisschen Off-Center, links zu rechts. Vielleicht sieht man es. Es ist wirklich wenig und es sollte im Rahmen sein bei PSA für eine 10. Deswegen würde ich einfach, wie bei jeder One-Piece-Karte, die wir bisher eingeschickt haben, eine 10 aufschreiben. Karte Nummer 1 ist damit fertig. Jetzt gehen wir rüber zu Pokémon. Und zwar haben wir hier, die ist schon relativ lange in meinem Besitz, eine... Ja, wenn die Kamera... Ja, ich glaube, wir müssen die mal weglegen. Die Kamera fokussiert hier sonst richtig beschissen. Ein Guardevoir aus Generations, wenn mich nicht alles täuscht, zum 20-jährigen Jubiläum von Pokémon. In einer, ja, Full-Art-Variante. Die Karte ist eigentlich sehr, sehr gut. Also wir haben hier erstmal nicht wirklich was an Whitening vorne. Centering ist okay. Da sehe ich jetzt auch keine größeren nach unten. Kann man nicht so ganz gut sehen. Wenn man hier unten aber so ein bisschen den Dot sieht und da oben, die sind den Balken, ist das ungefähr zentriert. Was wir hier haben, ist dieses Problemchen. Wir haben an einer Ecke haben wir Whitening. Ja, da so ein ganz bisschen. Ihr seht es unten. Meine Kamera fokussiert nämlich ein bisschen besser mittlerweile. Da auch. Also an jeder Ecke so minimal. Aber hier unten leider doch, ja, vergleichsweise recht stark. Und weswegen ich erstmal von einer 9 ausgehen werde. Wir wissen nicht, was PSA davon macht. Ich gehe aber davon aus, dass es vielleicht eine 9 wird. Ist trotzdem eine super, super schöne Karte. Sagen wir euch... Da sage ich, wie es ist. So, Karte Nummer 2. So, jetzt kommt eine Karte. Da bin ich eigentlich sehr, sehr gespannt. Psyana VMAX. Eine meiner absoluten Lieblingskarten. Habe ich nicht selber gezogen. Habe ich mir leider kaufen müssen. Ich habe damals sehr viel Fusionsangriff geöffnet. Natürlich kein Glück gehabt, weil es einfach ein bescheidenes Set ist zum Ziehen. Deswegen habe ich mir die gekauft. So. Jetzt... Hier sieht man es ganz deutlich. Sie ist leider Off-Center. Ja. Unten zu oben. Links zu rechts. Sieht eigentlich ganz gut aus. Vielleicht minimal breiter hier auf der rechten Seite. Die Corners sind aber in diesem Falle leider perfekt. Das Einzige, was uns tatsächlich wahrscheinlich eine 10 verhindern wird, ist das Centering. Auf der Vorderseite sieht man es nicht so. Aber man kann erahnen, wenn man den Balken unten sieht, der ist schon recht dick, dass das oben auch ein bisschen zu wenig ist. Bei den VMAX-Karten, bei den Alternativen sieht man es natürlich nicht, weil eben die Karte hier oben keinen Rand hat. Links zu rechts ist vorne Top ist richtig gut. Und leider oben zu unten. Leider oben zu unten. Deswegen denke ich auch, es wird eine 9, weil das Centering leider wahrscheinlich hier den Punkt abzugeben wird. Schreibt mir gerne mal rein, was ihr denkt dabei. Die Karte ist sonst eigentlich perfekt. Da brauchen wir auch nicht viel auf die Rodofolie gucken, weil durch die Struktur erkennt man da eh nicht viel, ob da jetzt ein Kratzer drauf ist oder nicht. Aber die Corners sind einfach perfekt. Wenn ihr sowas schon mal eingeschickt habt, lasst mich gerne wissen, was ihr bekommen habt. Was schätzt ihr hier? Lasst es mich wissen. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt. Ich freue mich, diese Karte dann in einem Case zu haben. Vielleicht haben wir ja einen gütigen Grader. Ja, Grüße. Und haben da Glück. So, und jetzt, normalerweise, normalerweise, toll, schicken wir ja nur drei Karten ein. Dieses Mal werde ich eine vierte Karte einschicken. Denn ich habe eine Sammlung gekauft bei Ebay. Leider war diese Sammlung, ja, relativ bescheiden. Ja, war auch nicht so teuer. Aber da war jetzt auch nicht so viel dabei, wo ich sage, das hat sich gelohnt. Aber, da war eine Karte dabei, die war in einem sehr schlechten Zustand. Und ich dachte mir erst, ah, komm, gibst du irgendwann mal wieder mit bei Ebay, verkaufst du. Und dann habe ich gedacht, nee, was ist, wenn wir, die Spannung wird unermesslich, ich merke das schon. Was ist, wenn wir diese Karte zur PSA schicken? Und versuchen, und versuchen, eine PSA 1 zu bekommen. Denn es gibt ja Sammler für PSA 1. Denn es ist eine Karte, eine ganz alte Karte, ein Elektroball First Edition. Die sieht, wie ihr schon seht, ziemlich bescheiden aus, ja. Also die ist, äh, Corners sind quasi nicht mehr vorhanden. Bei Ebay würde man schreiben, guter Zustand. Hier oben, da hat einer mal, äh, hat er mal ein Eselsohr reingemacht. In der Mitte ist ja auch einmal gebogen. Die Rückseite ist praktisch nicht mehr existent. Aber Centering ist eigentlich gut. Also Centering, Centering ist gut. Ich habe keine Ahnung, ob so eine Karte einen Shot auf eine PSA 1 hat. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe mir versucht, mal so ein paar Bilder anzugucken im Internet, wie eine PSA 1 aussieht. Es könnte in das Raster fallen. Kann natürlich auch eine 2 sein. Und dann ist es natürlich blöd. Könnte auch ein A kriegen für Authentic. Das ist auch blöd. Aber vielleicht haben wir ja Glück, weil First Edition, Electroball, PSA 1, Deutsch, kann mir vorstellen, die gibt es nicht so oft. Und dann habe ich gedacht, ey, wir probieren das einfach. Wir gucken einfach mal, was das wird und lasst uns überraschen. Deswegen, hier brauchen wir nicht lange schnacken. PSA 1 und dann ist der Lachs gegessen. Das ist in diesem Fall meine vierte Karte. Und somit haben wir vier Karten, die wir diesen Monat zu PSA schicken. Und dann hoffe ich auf die Returns. Das war es schon wieder von meiner Seite aus. Das waren halt wieder schnelle Send-Offs. Und wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne ein Abo da. Schaut gerne vorbei bei den anderen Send-Offs, die wir gemacht haben. Wir haben auch schon die ersten Returns wiederbekommen. Schaut da auch gerne vorbei. Lasst natürlich gerne ein Abo da. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und halt sagt mir gerne, was ihr für Noten habt. Was sind eure Erfahrungen? Habt ihr schon viel zu PSA geschickt oder auch nicht? Kennt ihr euch damit gar nicht aus? Wenn ihr mal ein Tutorial-Video haben wollt, wie sowas geht oder wie ich das mache. Sagt mir auch gerne Bescheid. Auf sowas hätte ich auch mal Lust. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Genießt ihn. Macht's gut. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.